Also ich muss jetzt da als Franke, muss jetzt da wirklich noch was loswerden, weil das stört mich eigentlich ständig, dass wir Franken wirklich ganz auf uns allein gestellt sind. Also wirklich, gerade einmal, was auch unsere fränkische Wirtschaft angeht, da kannst du von außen keine Hilfe mehr warten, dir hilft keine alte Sau und das riecht mich auf. Wenn ich mir zum Beispiel bloß einmal in Dings anschaue, der Dings, wissen Sie schon, der Dings, der Ander, da frage ich mich, wieso greift denn der uns Franken nicht einmal unter die Arme, woanders kurbelst du auch ständig das Geschäft an? Na echt, Hörings, überall war doch der schon. In Paris war er, in Baden-Bahn war er, in Berlin war er, in Sarajevo, auf der ganzen Welt, überall und ich frage mich, wieso? Ja, sind da dann die besseren Menschen? Sind die da dann unversaute, frömmighafte? Wenn nicht, wieso kommt er nicht einmal über uns Franken herein? Sagen Sie mal, wieso bleibt denn der Nürnberger Flughafen so unerträglich ungeküsst? Na, Hörings, einmal, was gäbe denn der mittelfränkische Betonbelag dafür, wenn er mal einen heiligen Speichel abkriechert? Na, ich meine, ich sehe ja auch, dass die katholische Kirche im Moment ein wenig Stress hat, das sehe ich auch. Das habe ich ja erst kürzlich wieder in der Zeitung gelesen, da war gestanden, jetzt meint bei der Schwangerenberatung, meint jetzt die Bischöfe Abstriche machen. Ich meine, bitte, sowas hält Freilienverkehr auf, ne? Aber wie gern hätte ich einmal das Bobi-Mobil in der Nürnberger Innenstadt gesehen, wenn sie der Oberhirte nach welcher der verkehrspolitischen Straßenführung am Hauptmarkt verfranst hätte, bis er in der Sprit ausgegangen wäre. Aber nix, er kommt nicht. Da leidet man doch drunter, oder? Also, wenn man ehrlich ist, muss man doch sagen, das tut einem als Franki doch weh, da fühlt man sich doch weniger wert wie andere, ne? Na, Hörings, nach München, nach München, da rumpeln sie doch allen unter, alle. Ja, glauben Sie, einer von den Promikaspern kommen wir mal nach Kalkreid? Aber wirklich nicht. Und genau das führt halt noch zu dem Komplexischen im Franken drin. Sie wissen doch, was ich meine, das Komplexene da im Franken, ne? Und darum ist ja auch der Franke halt ein wenig eigen, ne? Eigen. Da fällt mir zum Beispiel gerade ein, kennen Sie das, dass der eine sagt, ich komme am kommenden Wochenende und der andere sagt, ich komme am nächsten Wochenende. Und dass das jetzt da, mancher da ein wenig einen Unterschied macht, also zwischen dem kommenden und dem nächsten, dass das noch etwas anders ist, das, ja, das ist ja so ein eigenes Theater, gell, das sage ich Ihnen. Also, ich blicke da immer gar nicht durch, ne? Weil das am nächsten kommende Wochenende ist ja eigentlich das, das nach dem kommenden als nächstes kommt. Aber mancher, wenn er am Donnerstag sagt, er kommt am kommenden Wochenende, der mahnt, ist nach dem nächsten Wochenende kommende Wochenende, also das Traffene praktisch, ne? Das Traffene Wochenende ist das nächste nach dem Diesen. Verstehen Sie das? Und das Diesene Wochenende ist das Vorkommende vor dem Kommenden, also ist gehende Wochenende vom Kommenden aus gesehen. Darum sagt man, ein Wochenende kann schon mal vorkommen. Schlimm wird es nachher bloß, wenn einer sagt, wir treffen uns nicht an dem Wochenende, sondern am nächsten. Weil, dann ist es ja wieder umgekehrt. Also, der mahnt noch, ist Traffene nach dem Diesen. Ich verstehe ja auch nicht, wenn die Leute sagen, ich komm am Freitag in acht Tag. Am Freitag in acht Tag, da ist ja nachher Samstag. Hast du das jetzt, Sie mahnen eigentlich nachher in Donnerstag in acht Tag, wenn Sie den Freitag mahnen oder wei? Voll insfürchterlich wird es, wenn einer sagt, Wir treffen Sie praktisch am Wochenende, vor dem kommenden Wochenende, am Samstag in acht Tag um Viertel nach. Und zwar drüben beim Dings, beim Waschau. No, sag ich, alles klar und bleibt daheim. No, sag ich, alles klar und bleibt dann wieder kurz. Vielen Dank.